ja was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von overwatch der open beta so wir zocken jetzt mal mit unserem neuen kämpfer mal schauen was ich mit dem reißen kann ich habe mit dem komme ich auf jeden fall noch mal ein bisschen besser klar und ich hoffe ich komme mit einer positiven kd umher das spiel macht bis jetzt auf jeden fall für mich jede menge laune muss ich zugeben es macht auf jeden fall jede menge spaß aber jetzt natürlich wieder viele einarbeiten ist man auf jeden fall jede menge laune muss ich echt zugeben jetzt schon mit dem guten hand so bedeutet erlösung der schnee fällt jede glocke an ihren platz das müssen wir eigentlich auf jeden fall liegen so mit fein und bogen einzuschlagen somit aus zweifel zu tun werden aus dem herzteil müsste ein doch der geld ich habe sagt sagt ist bäck ist angreifer in 30 sekunden erwartet der drache sieht euch der drache sieht euch okay das ist nur meine spezielle bild auf jeden fall geil muss ich sagen auf jeden fall jeder menge laune ich weiß nicht ob wir draußen mit dem projekt wird am ende des tages kann sein die tendenz ist da aber 5 4 3 2 1 wo sind die angreifer näher an sich wo seid ihr jetzt mal hier lang das ist ja gar nichts der wahl haltet sie vom punkt fern ich gebe mein bestes, ich versuche wirklich alles, ich versuche wirklich alles. Wir können mir niemanden vorwerfen, ich gebe nicht alles und versuche alles reinzuwerfen. Was? Wie ist das denn? Wo ist denn Punkt A überhaupt? Ich habe keinen Plan. Ich gehe jetzt mal hier hin, verstecke mich irgendwo hier hinter. So wie eine kleine Pussy. Was ist das? Was ist das? Wo 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 wo, okay komme ich gar nicht erst weiter, okay. Ich muss grad so ein bisschen die Karte kennen, deswegen muss ich grad so herauskriegen, wo ich lang gehen kann und wo nicht. Versuche es nur. Punkt A ist relativ gut verteidigt bis hierhin. Verteidig den Punkt. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Es läuft für uns, es läuft für uns, es läuft, es läuft. Umkämpft, oh oh. Warum ist der Punkt umkämpft? Keine Ahnung. Umkämpft ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Wo ist der? Alles klar. Zeig mir, dass du die Mühe wert warst. Ist doch gar keiner. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kaioken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bitch. Der Drache ist gesättigt. 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 Ich glaube wir verlieren nicht mal Punkt A. Okay der ist gerade umkämpft. Das heißt wir müssen auf jeden Fall dahin. Scharfschütze, seid Wachter. Die Errüstung, greift zu. Okay, das kann ja keiner. Noch 30 Sekunden. Alles veröffentlicht, Alter, so. Boah, der Pfeil und Bogen ist auf jeden Fall krass, Alter. Der Pfeil und Bogen ist auf jeden Fall krass. Ich hab große Pfeil. Oh, 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 oh. Noch 10 Sekunden, Alter. Nein. Schade, okay, du machst nichts gegen. Sieg. Sieg, Mami. Highlight des Spiels. Boah, das war ja klar, dass ich nicht ich Highlight des Spiels bin. Vorsicht, Leute. Der Drache fügt Marken. Beschmolzener Käm. Halt. Aber wir sollen rund einander rein? Ja, ne? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. stufe 4 erreicht sauber muss man in die lootbox rein schauen mal gucken was da so rein geiles scheißteil rumläuft sie betreten jetzt hanamura was für ein ding oh mein gott hanamura ich kenne die kart auch nicht machen sie sich bereit so alles klar nie wieder han so ich würde sagen auf jeden fall drachenschlag ist mir klar ein fall der mannstack empfehle ok das ist mit lb was kann das deckt für kurze zeit was jeder tod bedeutet ihre ihre bedeutet erlösung als feier der beim einschlag viele querschläge aufteilt ok das mit lb stumpfbogen mit rt um pfeile weiter zu schießen ok lässt dich an wände springen ok craziness angriffsphase beginnt in 30 sekunden jetzt wird abgerechnet auf jeden fall rb muss mir mehr rb und rb weil ich den rechten trigger gedrückt hatte geht es auf jeden fall weiter alles klar 5, 4, 3, 2, 1, Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Ich kenn die Karte nicht mal. Erbar. What the fuck? Der Schuss. Crazy bitch. Aber von wo, von wo? Fuck. Fuck, ich wusste wo der ist. Shit, ich wusste echt nicht wo der ist. Ich wusste nicht wo der ist. Shit, der ist auf einmal hinter mir. Okay, passt schon. Ja, Leute, ich konnte jetzt echt nichts mehr retten. Oh, oh, oh. Fuck. Fuck, der hat mich gekillt. Fuck, fuck, fuck. Ziel in Sicht. Geht an meiner Position in Stellung. Will ich auch stark hoffen bei dir. Weil die Runde läuft jetzt mal ausnahmsweise nicht gut. Ich glaube, die erste Runde direkt schlecht am Anfang läuft. Teleporter online. Ich habe den Pfad geöffnet. Der Pfad ist geöffnet. Werde mich erkenntlich, Zahn. Mit dir. Ziel in Sicht. Geht an meiner Position in Stellung. Tracer hier. Tracer hier. Ich nehme den Punkt ein. Benötige Unterstützung. Zielpunkt A1. Sauber, Jun. Sauber. Greifen Sie Zielpunkt B an. Wow. What the fuck. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wow, was? Ich habe bis jetzt noch keine Eliminierung geschafft. Bis jetzt noch eine schlechteste Runde. Die Bess und gleichzeitig die Schlechste hintereinander weg, oder was? Noch einmal von Fallen. Shit, 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 shit. Ich habe gerade keinen Plan, wo ich bin. Nein, du Moller. Was ist denn das? Ich habe gerade 0-4, also ich kriege gerade hier nichts hin in dieser Runde. Ich kriege gerade überhaupt nichts hin. Ich brauche mal den Drachen, Alter. Ich gehe gerade hart aufs Moll, Alter. Ich gehe gerade hart, ganz hart aufs Moll. So, nehmen wir kurz. Heute sind wir alle Soldaten. So, wir ziehen mal kurz was anderes. Boah, was? Ey, ich kriege nur aufs Moll gerade in dieser Runde. Ey, das kann nicht wahr sein. Das ist eure gerechte Strafe. Ich kann nicht, wenn ich tot bin. Ey, das kann nicht sein. Dich hatte ich nicht vergessen. Alle Mann, versorgt hier eure Runden. Schütze. Lol. Scharfschütze. Ich hoffe, auf jeden Fall ist mein erster Def, Alter. Ey. Oh, das ist besser von mir. Hattest du auch gerade ein Deja-Ve? Nein. Okay, ich habe jetzt 2 zu 9. Hattest du auch gerade ein Deja-Ve? Hattest du auch gerade ein Deja-Ve? Ja. Ja, gerade so ein bisschen. Haut mich um so auf dir, Wald. Ich stehe immer wieder auf. Ich habe gerade mehrere Deja-Ve weg gerade. Und so, ich sterbe hier wieder auf. Ich sterbe hier wieder auf. Kommt her und lasst euch stabilisieren. Boah, ich sehe gar nicht. Boah, was habe ich jetzt getan? Loll. Hattest du auch meine spezielle Abilität? Ich habe keine Ahnung. Boah, was? 3-12. Ey, ich werde euch hier im Folgen-Brack ziehen sollen nach dieser Runde. Nach der ersten Runde. What the fuck? Ey, ich bin doch gerade so auferstanden, Mann. Alter, das ist ja krass gerade. Alter, das ist ja krass gerade. Alter, das ist ja krass gerade. Ich bin auch nicht mehr der jüngste. Alter, ich stehe wieder auf, bin tot, bin ich stehe wieder auf, bin wieder tot. 4-15. Alter, was the fuck. Ich gebe nicht auf, bis der Job erledigt ist. Alter, ich schnauze voll, Alter. Sie haben darin geschützt. Jawohl, mit Tracer geht's, Alter. Jawohl, damit geht's doch, Alter. Wieso nicht gleich so? Nein. 6-16. Scharfschütze. Wartet auf mich. Ey, wir müssen mal den Punkt angreifen. mach dir was ihr wollt, ich geh erstmal hin wir müssen da hin, wir müssen hier hin was kann ich mit der überhaupt warf, was ist warf, lb lb und rb, ok ich versuch wenigstens irgendwas noch zu reißen in dieser runde ich versuch wenigstens, ich versuch wenigstens wirklich, ich versuch es Mist, 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 Mist wie kann ich mal Punkt B eingreifen perfekte Scheiße, Alter was lief eine mächtige Haftbombe, ok das Ziel gehört mir habt ihr es jetzt noch 10 Sekunden macht schon, wir verlieren hier gerade jetzt Niederlage Joli Leute, machst du nichts ich berg mir fürs Zuschauen bis zum nächsten Part von Overwatch bis dahin haut rein und tschüss Highlight des Spiels ja Tracer ist krass, wenn man zugegeben ww k denk die die ww die 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 zu